Herzlich willkommen zur Schulungsreihe Smart Meter Verstehen und Anwenden. Die Schulungsreihe der Forschungsplattform Virtuelles Institut Smart Energy richtet sich speziell an kleine und mittlere Unternehmen. Den Aufbau und die Inhalte schauen wir uns in diesem Einführungsvideo an. Warum überhaupt diese Schulungsreihe? Im Zuge von Forschungsprojekten haben wir festgestellt, dass insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen, sprich KMU, immer noch ein mangelndes Informationsangebot an Smart Mietern, aber auch zu den Themen Energieeffizienz und Energiemanagement vorliegt. Vor diesem Hintergrund richtet sich diese Schulungsreihe speziell an KMU, damit diese ein besseres Verständnis über die Möglichkeiten von Smart Mietern, aber auch über die Themen Energieeffizienz und Energiemanagement erhalten. Die Schulungsreihe weist darüber hinaus einen starken Praxisbezug auf. So sollen Tipps und Beispiele die Umsetzung erster Schritte in die Themen dieser Schulungsreihe ermöglichen. Die Reihe besteht aus drei Modulen, die jeweils mehrere aufeinander aufbauende Kurzvideos enthalten. Modul 1 umfasst neben den Grundlagen zu Energiemanagement und Energieeffizienz im Unternehmen auch allgemeine Informationen zum Energieverbrauch in KMU. In Modul 2 Messtechnik und Smart Mieter wird der Fokus auf den Einsatz von Messtechnik zur Erfassung von Stromverbrauchsdaten gelegt. Dazu wird auf die Auswertung der erfassten Messdaten eingegangen und ein Schritt-für-Schritt-Plan zur Umsetzung im eigenen Betrieb vorgestellt. Modul 3 befasst sich schließlich mit Praxisbeispielen und Best Practices. Dabei werden ganz konkrete Lösungsansätze zur Erfassung und Visualisierung von Stromverbrauchsdaten aufgezeigt. Die Schulungsreihe ist Teil des Forschungsprojektes Smart Metering in KMU. Im Fokus dieses Projektes steht die Identifikation und Nutzung der Mehrwerte intelligenter Messsysteme für KMU. Ein intelligentes Messsystem ist dabei nichts anderes als ein Stromzähler, den Sie vielleicht schon aus Ihrem eigenen Betrieb oder Ihrem Zuhause kennen. Durch eine Kommunikationseinheit ist es möglich, die Stromverbrauchsdaten zu versenden und auszuwerten. Durch den Einbau intelligenter Messsysteme wird in vielen Unternehmen erstmals Transparenz über die Energie- und Lastflüsse geschaffen. Diese Transparenz stellt eine Basis dar, um darauf aufbauend weitere Mehrwerte umzusetzen, zum Beispiel die Nutzung dynamischer Stromtarife oder Energiemanagement-Anwendungen. Im Forschungsprojekt wird untersucht, welchen Nutzen und Mehrwert Verbrauchsvisualisierung für KMU bietet und wie solche Lösungen gestaltet sein müssen, um bestmöglich davon zu profitieren. Das Projekt Smart Metering in KMU und auch diese Videoreihe wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. An der Erstellung der Schulungsreihe waren die TH Köln, die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung sowie die Green Pocket GmbH beteiligt. Zu den weiteren Projektpartnern gehören die Ruhr-Universität Bochum, die Universität Duisburg-Essen sowie das Wuppertal-Institut. Soviel zur Einführung in die Schulungsreihe, jetzt aber erstmal viel Spaß beim Durchschauen und bei der Umsetzung im eigenen Betrieb.